Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Vier Tage lang haben die US-Demokraten auf dem Parteitag in Chicago ihre neue Spitzenfrau Kamala Harris gefeiert. Zum Abschluss trat die 59-Jährige selbst vor die Delegierten und nahm die Nominierung als Präsidentschaftskandidatin an. In ihrer Rede kündigte sie u.a. Steuererleichterungen für die Mittelklasse an und eine Reform des Einwanderungsrechts. Harris bekannte sich zur NATO und zur Unterstützung der Ukraine. Insgesamt präsentierte sie sich als Brückenbauerin und Patriotin. Der Höhepunkt des Parteitages, es ist Ihr Abend. Ich akzeptiere Ihre Nominierung, Präsidentin der Vereinigten Staaten zu werden. Gleichzeitig ist es auch die bislang wichtigste Rede ihrer Karriere. Sie wird persönlich, erzählt aus ihrem Leben und ihrer Karriere als Generalstaatsanwältin von Kalifornien, erklärt ihre Motivation, sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Im Gerichtssaal sagte ich dem Richter immer stolz, diese 5 Pforte. Kamala Harris für das Volk. Sie liefert eine pragmatische politische Rede voller Kampflust und Pathos. Die 59-Jährige will außenpolitisch die NATO stärken und die Ukraine unterstützen. Innenpolitisch verspricht sie mehr soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt, will das Einwanderungssystem reformieren und warnt vor Donald Trump. In vielerlei Hinsicht ist Trump ein unseriöser Mann, aber die Konsequenzen, wenn wir ihn ins Weiße Haus zurücklassen, wären extrem ernst. Klar wird, Begriffe wie Freiheit und Patriotismus wollen die Demokraten nicht länger den Republikanern überlassen. Ich liebe es, es war großartig, tolle Rede. Kamala hat das Zeug zur Präsidentin. Es ist eine unglaubliche Energie hier beim Parteitag und wir sind alle elektrisiert und bereit, Kamala Harris zur nächsten Präsidentin zu wählen. Die Demokraten sind überzeugt, jetzt kommt es auf die bislang unentschlossenen Wähler an. Ja, fragen wir nach bei Gudrun Engel in Chicago. Mit welchen Themen will Harris denn die Unentschlossenen erreichen? Ja, wenn wir auf die Unentschlossenen gucken, dann setzt sie ganz klar auf die Themen Migration, Abtreibungsrecht, Reproduktionsmedizin und Waffengewalt. Denn das sind Themen, die absolut mehrheitsfähig sind, auch in der Mitte der Gesellschaft und um die sich eben auch die Unentschlossenen und die Wechselwähler kümmern. Sie hat sich außerdem sehr patriotisch gezeigt, hat gesagt, es sei jetzt die beste Zeit und im besten Land der Welt zu leben. Und das ist für Demokraten in dieser deutlichen Form durchaus unüblich. Es zeigt aber eben auch ganz klar, welche Zielgruppe jetzt alle Wahlkämpfer hier in den nächsten 24 Tagen ins Auge fassen. Die Euphorie ist ja im Moment riesig bei vielen Medien, auch in Deutschland. Wie steht es aber tatsächlich um die Chancen von Harris gegen Trump? Tatsächlich sind die Chancen im Moment 50. 50 in den Umfragen liegen beide Parteien Kopf an Kopf. Und da das Wahlsystem hier ja so aufgebaut ist, dass am Ende nur wenige tausend Stimmen in nur wenigen Wahlbezirken einen Unterschied ausmachen können, ist es jetzt für beide Parteien wichtig, dass sie die Euphorie aus ihren jeweiligen Parteitagen mitnehmen. Und das Ganze nicht nur wie ein kurzer Rausch verpufft. Denn die nächste wichtige Etappe ist jetzt die große Wahldebatte am 10. September. Dann hat man einen direkten Vergleich zwischen Harris und Trump. Und dann wissen die Wähler auch noch mal mehr. Gudrun Engel in Chicago, vielen Dank. Auf dem NATO-Stützpunkt Geilenkirchen bei Aachen galten heute erneut verschärfte Sicherheitsmaßnahmen zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit. Offenbar gab es Geheimdienstinformationen über eine mögliche Bedrohung. Wer nicht im Einsatz war, wurde nach Hause geschickt. Erst am Nachmittag gab es Entwarnung. Auf dem Stützpunkt in Nordrhein-Westfalen sind Apex-Maschinen stationiert. Eine Art fliegendes Frühwarn- und Kontrollsystem der NATO. In der Nacht wird Security Alert State C für den NATO-Stützpunkt Geilenkirchen ausgegeben. Die zweithöchste Sicherheitsstufe. Ab Regelung, stundenlang besteht der Verdacht auf einen bevorstehenden Anschlag. Am Nachmittag dann Entwarnung. Bis dahin ist mit Ausnahme von Bodenpersonal und Besatzung der Apex-Flugzeuge die gesamte Kaserne fast Menschen leer. Die Maschinen sind das Rückgrat der NATO-Luftaufklärung. Die Vorgänge in Geilenkirchen haben auf die Standorte der Bundeswehr allerdings keine Auswirkungen. Eine generelle Erhöhung der Gefährdungsstufe für Bundeswehrstandorte ist nicht angedacht. Über die Höhe der Gefährdungsstufe wird im Bundesministerium der Verteidigung entschieden. Vor wenigen Tagen aber befürchtete man einen Anschlag auf das Luftdrehkreuz der Bundeswehr in Köln-Wahn und auf die Bundeswehrflugbereitschaft. Meldungen über eine mögliche Vergiftung des Trinkwassers. Vermutlich falscher Alarm, aber seitdem wird der Sprecher des Verteidigungsministeriums regelmäßig nach der Sicherheit gefragt. Das letzte Mal vor zwei Tagen. Wir haben überprüft, ob wir eine sogenannte Bestreifung, also das Abgehen von bestimmten Bereichen, häufiger machen, die Wege ändern müssen. Und das ist erst mal als Ad-Hoc-Maßnahme an einigen Orten geschehen. Eine generelle Erhöhung von Gefährdungsstufen oder ähnlichem ist nicht zu verzeichnen. Spätestens seit die Bundesrepublik nicht nur Waffen nach Kiew liefert, sondern ukrainische Soldaten auch ausbildet, ist die Nervosität hoch. Unerlaubte Drohnenflüge über die Kaserne nehmen zu, aber das Problem betreffe nicht nur das Militär, sagen Experten. Die Bedrohungslage sieht so aus, dass die Sicherheitsbehörden nicht nur Spionageangriffe und Sabotageakte gegen Bundeswehreinrichtungen befürchten, sondern auch gegen die kritische Infrastruktur insgesamt. Und da gehören eben auch Industriestandorte dazu. Nächtliche Flüge von mutmaßlichen Spionagedrohnen über dem Industriepark im schleswig-heusteinischen Brunsbüttel wurden erst gestern gemeldet, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Opposition und Unternehmensverbände werfen der Ampelkoalition vor, sie vernachlässige die Wirtschaftsförderung. Anfang Juli hatte die Bundesregierung ein Programm mit dem Titel Wachstumsinitiative vorgestellt. Darin waren 49 Vorschläge aufgelistet, die Unternehmen und Beschäftigte unterstützen sollten. Die Kritiker verweisen nun darauf, dass die meisten dieser Maßnahmen nur geplant, aber noch nicht vom Kabinett beschlossen sind. Der deutschen Wirtschaft geht die Luft aus. Das Wachstum ist gering und die Prognosen eher mau. Die Bundesregierung will das ändern. 49 Maßnahmen hat sie geplant, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Darunter Steuervereinfachungen, neue Anreize zur Gewinnung von Fachkräften oder Maßnahmen zum Bürokratieabbau. Von diesen 49 Maßnahmen wurden bislang aber nur fünf vom Kabinett beschlossen. Einige weitere werden zurzeit vorbereitet. Für die Union geht das alles viel zu langsam. Insofern ist das eine unterlassene Hilfeleistung angesichts der aktuellen schwierigen wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Auch Wirtschaftsvertreter warnen, viele Unternehmen bräuchten jetzt schnelle Maßnahmen. Für uns ist wesentlich und wichtig, dass Geschwindigkeit reinkommt, dass es schnell geht und vor allen Dingen, dass nach Möglichkeit nicht weitere Streitereien hinsichtlich der Auslegung des Vereinbarten da sind, sondern dass wir wirklich zügig in die Umsetzung kommen. Der Bundeswirtschaftsminister weist die Kritik zurück. Im ARD-Interview der Woche betont Robert Habeck, viele Maßnahmen seien konkret in der Vorbereitung und kämen so schnell wie möglich. Schnell heißt in einer parlamentarischen Demokratie drei Monate. Drei Monate aber ab dem die Parlamente arbeiten. Man kann der Ampel viel vorwerfen, aber dass da geschlürt wird, das sehe ich nicht. Bis alle 49 Maßnahmen umgesetzt sind und dann auch Wirkung zeigen, könnte es dauern. Wirtschaftsvertreter erwarten dies frühestens in einem Jahr. Die Haushaltseinigung der Ampel-Koalition droht, das Bahnfahren zu verteuern. Denn die geplante Finanzspritze für die Bahn fällt zwar nicht unter die Schuldenbremse, muss aber verzinst werden. Und diese Zinsen soll die DB-Tochterfirma InfraGo aufbringen, der das Schienennetz gehört. Sie kassiert eine Schienenmaut für jeden Zug im Fernregional- oder Güterverkehr. Diese Maut müssen die Betreiber der Züge zahlen, also entweder Privatbahnen oder die DB selbst. Um nun die höheren Zinsen zu erwirtschaften, will die InfraGo die Schienenmaut erhöhen. Die Haveländische Eisenbahn ist eines der Güterverkehrsunternehmen, das die höheren Trassenpreise zahlen müsste. Sie plant, die Preiserhöhung großteils an ihre Kunden durchzureichen. Im Endeffekt werden einfach Verbraucherpreise steigen. Und bei den Verkehren, wo das nicht so ohne weiteres geht, wo es eben eine direkte Konkurrenz zu der eben ganz anders finanzierten Straße gibt, da wird es zur Abwanderung auf die Straße kommen. Also es wird weniger Verkehr auf der Schiene geben. Die Trassenpreise sollen ab 2026 deutlich steigen. So sieht es ein Antrag der Bahntochter DB InfraGo vor. Plus 23,5 Prozent im Nahverkehr, 10,1 Prozent im Fernverkehr und ein Plus von 14,8 Prozent im Güterverkehr. Darüber soll bis Anfang 2025 die Bundesnetzagentur entscheiden. Hintergrund ist, dass der Bund in Zukunft weniger Zuschüsse in das Bahnnetz gibt. Stattdessen will die Regierung das Eigenkapital der DB InfraGo erhöhen, um 4,5 Milliarden Euro. Die Zinsen muss die DB InfraGo erwirtschaften. Hinzu kommt, die Bahn versucht derzeit höhere Trassenpreise im Nahverkehr auch gerichtlich durchzusetzen. Das ist erstmal ein fatales Zeichen. Also wir wollen mehr Güter und mehr Personen auf die Schiene bringen, machen aber das Fahren damit deutlich teurer. Und für den Nahverkehr heißt das, mit den eh schon begrenzten Mitteln, die uns auch der Bund zur Verfügung stellt, können wir am Ende noch weniger Leistung kaufen und damit noch weniger Mobilität schaffen. Also es ist ein fürchterlich fatales Signal, was wir da gerade erleben. Die Bundesregierung diskutiert nun, die Zinsen für die DB InfraGo abzusenken. Das könnte auch die Trassenpreise weniger stark ansteigen lassen. Meisterschaft, DFB-Pokalsieg und vor sechs Tagen auch noch der Gewinn des Supercups. Vor Beginn der neuen Fußball-Bundesliga-Saison sind die Erwartungen an Bayer Leverkusen hoch. Zum Auftakt der neuen Spielzeit trifft der Titelverteidiger heute Abend im Eröffnungsspiel auf Borussia Mönchengladbach. Aber auch andere Mannschaften starten mit Ambitionen in die neue Spielzeit. Das hat es lange nicht mehr gegeben. Bayern München geht nicht mehr als Titelfavorit in die neue Saison. Das einzige Team, das das bestreitet, ist der aktuelle Meister selbst, Bayer Leverkusen. Und der pflegt zum Auftakt heute Abend beim Eröffnungsspiel gegen Borussia Mönchengladbach das Understatement. Wir haben keine Favoritenrolle. Die Favoritenrolle ist wieder für mich, für FC Bayern. Vielleicht auch deshalb, weil der Rekordmeister aus München das meiste Geld in die Hand genommen hat. Fast 150 Millionen Euro für neue Spieler und damit bisher dreimal so viel wie Bayer. Und allein 10 Millionen Euro Ablöse für den neuen Trainer Vincent Kompagny, um eine weitere titellose Saison zu verhindern. Chancen werden auch Borussia Dortmund zugerechnet. Der BVB setzt auf die Meistererfahrungen ihres neuen Cheftrainers Nuri Sahin. Als Borussenspieler gewann er 2011 die Schale. Jetzt gibt es die Premiere auf der Trainerbank. Natürlich habe ich mich wie ein Kind darauf gefreut auf diesen Tag. Und jetzt ist der Tag endlich bald da. Der Kontrast zum Meister-Glamour kommt aus dem Norden. Der FC St. Pauli ist als Aufsteiger ein alter Bekannter. Aber mit Holstein Kiel als Neuling versucht sich der mittlerweile 58. Klub im Fußball-Oberhaus und will den direkten Abstieg verhindern. Da wird man immer zum gleichen Schluss kommen, dass Holstein Kiel eigentlich keine Chance hat. Aber sowas in der 2. Liga auch bei vielen Spielen. Und da haben wir auch gezeigt, dass wir mithalten können. Und genau so wollen wir es in der Bundesliga weitermachen. Die 62. Bundesliga-Saison. Eine Spielzeit, die möglichst lange spannend bleiben will. Zahlreiche Fußballfans und Weggefährten kamen heute in den Bremer Dom zur Trauerfeier für Willi Lembke. Der langjährige Manager des SV Werder Bremen war Mitte des Monats im Alter von 77 Jahren gestorben. In Lembkes Amtszeit wurde Werder zweimal deutscher Meister und DFB-Pokalsieger. Später wechselte der Sozialdemokrat in die Politik und war als Senator und UN-Sonderbotschafter tätig. Und hier noch eine Geschichte mit Happy End. Einsatzkräfte haben im Hafen von Sydney einem Buckelwal das Leben gerettet. Das Tier hatte sich in Seilen und Bojen verheddert. Der junge Wal war schon gestern mit seinen hektischen Schwimmbewegungen aufgefallen. Die australischen Rettungskräfte mussten erst mal abwarten, bis das Tier müde wurde. Erst dann konnten sie sich mit einem Schlauchboot nähern und die Seile abschneiden. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 24. August. Aus dem westlichen Mittelmeerraum erreicht uns sehr warme Luft, aber nur für einen Tag. Heute Nacht fällt vom Westen bis in den Nordosten örtlich Regen, sonst bleibt es trocken. Morgen wird es vom Süden bis in die Mitte sonnig, im Norden wolkiger. Einzelne Schauer gibt es an der Nordsee, Gewitter über den Alpen. Gegen Abend von Westen her zum Teil unwetterartige Schauer und Gewitter. Heute Nacht Tiefstwerte von 20 Grad im Westen bis 8 Grad an der oberen Donau. Morgen auf den Nordseeinseln 23, sonst 28 bis 36 Grad heiß. Am Sonntag kühler, in der Südosthälfte noch Regen und Gewitter, an der Nordsee Schauer, sonst freundlich und trocken. Montag und Dienstag stellt sich überwiegend ruhiges und wieder zunehmend warmes Spätsommerwetter ein. In den Tagesthemen um 21.45 Uhr geht es bei Julia Niharika-Zenn um Hintergründe zum Besuch von Indiens Premierminister Modi in Kiew. Außerdem sind wir in Kiel, wo die Vorfreude auf die erste Bundesliga-Saison eines Teams aus Schleswig-Holstein riesig ist. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017